hallo und herzlich willkommen zu let's play meeting 2.de prajos ja wir sind gerade war so pilami drin wollen kurz mal eine bio abgeben und die meisten haben geschrieben ich soll das razadoi auf war so pilami aufmachen und das machen wir gleich auch moment blablabla oh du hast einen ast gefunden dein erstes leider ziemlich dünn bla das höre ich nur noch von dem menschen moment die forschung bisher 11 abgegeben ist jetzt noch nicht so weit aber ich würde sagen wir machen jetzt mal das erste was ich überhaupt aufmache ich hoffe dass es eine lange laufzeit hat wirklich wie nennen wir das ding denn der mit dem roten als band fuck oh gott guter name guter name guter name fossey seiner ok das ist auch doof ne ein guter name dann so gut skype nennen wir einfach x fossey weil er kann sich auch niemand beschweren ist ja mein charme ok ja ok jetzt jetzt muss noch die laufzeit stimmen acht tage ich weiß gar nicht ob das so geil ist ok hat auf jeden fall auch eine tp leiste ok die tp leiste ist also zeit füttern muss man dann irgendwie mit gegenständen oder was an item xp ja gut 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 konnte einfach mal so ein drinnen aber da ist jetzt nichts drauf so erfahrung aber man kann dann sogar noch mehr weigert die nahrungs auf was ok also muss man da auf jeden fall gucken ich meine die sagten sogar dass man das nur alle zwei will machen kann kann hat sein oder ist extrem klein gut also da werden wir auf jeden fall noch ein bisschen erforschen aber ich finde der sieht schon geil aus ja doch ja doch das gefällt mir ich werde jetzt auf queenie noch weil ich da so ein paar habe auch noch ein affenei aufmachen und dann gucken wir mal ob wir ein vernünftiges bekommen mit einer vernünftigen laufzeit und ja bis gleich so da bin ich auf queenie drauf und ich habe jetzt mal die eier vom verkaufsschau runtergenommen die am wenigsten laufzeit noch haben schauen wir einfach mal ja dann kommt die scheiße wieder mit den namen ja gut ok snickers wird da so geschrieben ne scheiß drauf und elf tage oh das ist doch okay oder okay scheiß drauf wir machen einfach noch eins knickers ein tag ja gut warte 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 glaube füttern kann ich das ein tag ding jetzt ne ok ok das war jetzt gerade nicht so sinnig ähm aber weil da ist ja jetzt noch keine zeit abgelaufen aber um mal zu testen wie das so klappt ne ist das denke ich mal ganz okay 1,8 tp schon komm der heißt jetzt zur abwechslung mal snickers ausbrüten auch nur ein tag oder ne zwölf tage hast du das dann eben falsch gelesen weil ich glaube ich hatte da oben geguckt ja gut aber jetzt haben wir dann zwölf tage aber die bonis sind halt schon krass scheiße ne wohl ja muss man gucken was so am meisten sinn macht hi du bist der beste ja danke mag sowas eigentlich nicht wenn man mir sowas schreibt könntest du mich vielleicht ja gut so fix ist ja immer noch so süß aus wie damals ja mindestens kennt man den egal ja das ist jetzt ein bisschen keine ahnung nächster ding das gefilter ist ja voll der brummer wenn ihr mal moment ich hole jetzt mal war so viel ami der ist ja sofort habe ich nicht gehört die sollten alle mal wo ich sattet werden oder ist das so gekommen weil im forum schon das ja war so pilami mit der spitzhacke in der hand wo sind sein tier so ja guck mal alter der affe ist ja voller brummer gegen das ding hier das ist äh der affe auf jeden fall ja doch also das gefällt mir also zwölf tage das ist auf jeden fall vernünftig jede ging auch elf tage ähm aber ich glaube zwölf tage ist so das maximum ne vielleicht sollte ich das dann verwenden sagt man das so ja äh und schauen wir einfach mal ich werde jetzt wenn wir so äh dings ones machen werde dann auf jeden fall gucken dass ich den da mal ein bisschen hochlevel um zu gucken dass da so ein bisschen die bonis hochgehen und dann bin ich sehr zuversichtlich ähm hier den wer ist das ding äh razador werde ich dann keine ahnung mehr leveln oder so vielleicht droppe ich ja nochmal ein razador ei dann mache ich das dann nochmal auf ähm weil acht tage ist doch schon ein bisschen wenig ne müssen wir einfach mal gucken und ich würde sagen das war es für dieses video haben ein bisschen was gemacht aber ist ja auch mal interessant zu sehen was man mit den eiern so machen kann und ja ich würde sagen das war es dann von mir alle social media links findet ihr in der video beschreibung ich bin raus bis deine grüße für sie bis deine grüße bis deine grüße bis deine grüße bis deine grüße